Aber ich glaube, wir müssen noch woanders hin und dahin geht's doch auch mal. Wie viel Schott hier liegt. Schade, hier komm ich mit rein. War schon mal gut, dass ich hier hoch gegangen bin. Oh. Nö. Vielleicht da. Oh, komm ich schon mal. Genau, das ist ja weit. Das Auto sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Ja. Dann geht es wohl hier weiter. So. Evakuieren? Wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Wann beachtet das Datum? Am 17.10.2013. Der ist ja bald. Noch ein paar Monate und dann... Okay, ich glaub hier hat sich jemand ordentlich verschanzt. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Wow. Das ist halt aber auch ganz schön klar, dass da keiner reinkommt. Okay, hier geht's noch ein, aber da hinten könnte auch noch was sein. Okay. Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Alter, ich hab so eine Gemüche gekriegt. Ich hab noch mal geguckt. Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht drauf gehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Alter. Ich halt auf jeden Fall die Augen offen. Wie denke ich einen lassen? Ich glaube, ich geh von der anderen Seite selber rein. Wird schon gut gehen. Ein bisschen anlöslich. Ich... Die macht ja irgendwo mein Herzinfarkt noch. Auf jeden Fall geh ich hier lieber auf eine Nummer sicher, aber... Wow! Sieh dir das an! Was denn? Das ist ein Blattenladen. Achso, die Kleine hat ja noch nie was gesehen in ihr Leben. Sowas gibt's halt nicht auf der Militärschule. Halt! Und die ist wichtig. Mann, das ist echt traurig! Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und wir sehen, dass es kann. Ich weine nicht. Ich entschrecklich. Auf jeden Fall. Boah! Mädel! Ich krieg wirklich noch einen Herzinfarkt hier. Ich hör das ja mit Kopfhörern. Hier hört sich extrem... Ach! Ich denke, dauernd springt gleich was an, Alter. Ich bin ja eigentlich kein Schiss oder so, aber... Das kann ich schon mal... Okay, halt mal. Warte mal. Ich dachte hier hinten wär der Raum jetzt. Also ist da hinten doch noch was extra. Na gut, dann opfere ich wahrscheinlich doch noch mal... ...ein Messer, weil ich möchte ja wissen, was in dem Raum ist. Ich hab das Gefühl, es wird langsam dunkel. Ich muss mal gucken, ob ich heute mal eins bauen kann. So, ich möchte gehen. So. Na bitte. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Alter, ganz rottelig. Ich glaube, sobald sich so eine Tür mal nicht lohnen sollte, wird es zur Frustration. Also irgendwie, dass du einfach so etwas dafür wendet hast. Okay, hier komm ich jetzt nicht drüber, oder? Ne. Aber was... Oh! So, ich hoffe, das kann ich auch nix machen. Ja, das hab ich denn jetzt alles bekommen. Auf jeden Fall... ...dreißig davon. Vielleicht sollte ich auch mal das upgraden. Da könnte ich vielleicht noch was anderes bauen. Aber Heiltemper ist eigentlich auch noch so schlecht. Boah, da gibt's ein paar Sachen, die muss ich noch machen, jeden Fall. Oh. Oh. Mädchen, aufpassen. Geh da nicht durch. Alter! Geil! 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 Echt' ich schon! Okay, da ist ne Leiter! Ich weiß nicht, ob das hier ist, aber wir gehen jetzt einfach. Da wohnt er auf jeden Fall hier. Oh. Cool. Ach, ich dachte ich kann den Bogen jetzt nur upgraden oder so. Oh, der kotze Mädchen. Gehen wir hier das mal anschauen. Scheint aber hier nichts zu geben. Ach, die Lampe. Brauchst du jetzt eigentlich gar nicht. Der duft jetzt rein. Komm hoch. Okay. Ich muss bestimmt das Brett hier holen. Hier, das hier können wir nehmen. Das ist jedenfalls eine richtig coole Sache mit diesen Dagehebel Rätsel. Ich sage es mal gut. Das sind jetzt schon ganz schön viele Brett Rätsel gewesen. Oh. Nein. Ja, genau. Ich meine, jetzt ist es nicht das schwerste, es ist ein Brett hin und her zu legen, aber ist es trotzdem cool gemacht. Ich bin so ein schlechter Schütze. Oh nein, der ist kaputt. Oh nein, der ist kaputt. Oh nein, der ist verboten. Oh, der steht immer noch. Ich hab komplett die Pfeile versendet. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, um mit dir warm zu werden, okay? Dieser Bill ist wirklich wahnsinnig. Naja, okay, dann müssen wir jetzt halt kriechen. Siehst du den Draht? Wir rühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ganz ruhig. Ja. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest das Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Alter. Bist du bescheuert? Alter! Die kleine, die, die... Die macht mich fertig. Alter. Fuck. Ich glaube, ich mach jetzt erstmal... Ey, hier liegt was rum. Das kann ich ja nicht verschwenden. Ey, das heißt nicht, dass ich gleich damit rumfucken möchte. Fuck, warum hast du das nicht verwendet? Fuck, warum hast du das nicht verwendet? Mann! Ich hab mich zu tot erschreckt! Alter, ich auch. Tja. Sehen wir uns ruhig mal um. Alter. Puh. Okay. Ob sie sich je gefunden haben? Puh. Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Alter. Alter. Das Fieber am Bad. Alter, mir ist grad schon wieder das Herzen los auf uns gut. Naja. Oh, Alter. Ich hab mich aber wirklich alles durchsucht. Ne, dass irgendwas noch ist. Ich dachte, das wär jetzt dieser Bill, Mann. Aber so war er doch nicht. Naja. Wir verschwinden alles. Okay. Ah, der war halt hier eingesperrt. Und diese Transporter muss ich auch noch untersuchen. So. Was denn? Ach so. Alter, ich war fast reingelatscht. Sorry. Ähm, Mädchen. Ah, ich spür's für ihn natürlich So Dann werden wir noch Okay, wir gehen jetzt in den Truck Okay, zurück, zurück Okay Ja, zurück So, bitte Nein Es war ein Fehlschuss